Herzlich willkommen an Bord Ihrer Expeditionsreise ins Eis. Hier ist der Podcast von eisexpeditionen.de. Christina Hillemann ist ihre Botschafterin und absolute Expertin, wenn es um Reisen in die Antarktis und Arktis geht und nimmt sie mit in die unberührten polaren Regionen dieser Erde. Begeben Sie sich auf die Spuren von Roald Amundsen, Sir Ernest Henry Shackleton oder Friedhjof Nansen und werden Sie selbst zum Entdecker. Herzlich willkommen zur 151. Folge unseres Podcasts. Nachhaltiger Reisen auf den neuen Expeditionsschiffen. Geht das? Ist das überhaupt möglich? Und worauf sollte man achten? Und ich könnte mir niemand Besseres vorstellen als Henry, der mit mir heute darüber spricht. Hallo Henry, grüß dich. Wie geht's dir? Hallöchen Christina. Mir geht's gut. Danke für die Einladung. Wie geht's dir? Ach, mir geht's auch gut. Ich bin so kurz in Aufbruchstimmung. Es geht ja bei mir demnächst los nach Spitzberg mit der Gruppe. Und ja, ich finde, wir haben heute ein ganz, ganz spannendes Thema, über das wir uns ja auch außerhalb des Podcasts ganz oft unterhalten. Und schön, dass du dir die Zeit nimmst und heute mit mir mal ein bisschen ins Detail dazu gehst. Denn tatsächlich ist es ja immer wieder ein Thema. Du wirst angesprochen an Bord. Ich werde angesprochen vorher schon in der Planung. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass wir einfach mal so ein bisschen drüber sprechen. Unter anderem, was sind dann so die Hauptmerkmale der neuen Generation, so von den Expeditionsschiffen, die sie dann auch besonders nachhaltig und umweltfreundlich machen? Mhm. Ist das schon deine erste Frage? Das ist schon meine erste Frage, ja. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Also so ein Schiff ist ja ein sehr, sehr komplexes Ding, was da rumspirnt. Ding. Oh Gott, deutsche Sprache, schwere Sprache. Und diese komplexen Prozesse, die haben ganz viele verschiedene Facetten. Und wenn wir zum Beispiel den Hotelbereich nehmen, im Hotelbereich wird sehr häufig darauf geachtet, dass Einwegplastik vermieden wird, soweit es geht. Auch Verpackungsplastik für Provisionen, die an Bord geholt werden zum Beispiel, für Wasserflaschen an Bord, dass damit so wenig wie möglich Plastik produziert wird und eben halt dann auch an Bord entsorgt werden müssen. Weil auch Entsorgungskosten natürlich ein großer Punkt sind. Dann haben wir einen zweiten großen Punkt und das ist natürlich das Schiff selbst und der Antrieb des Schiffs, den nautischen Bereich. Und da haben wir sehr große Entwicklungsschritte. Das sehen wir schon, dass die Neubauten sehr viel effizienter sind, was der Verbrauch von Diesel angeht, Marine-Diesel, der immer noch der Haupttreibstoff ist. Und dann haben wir eben natürlich die Superlative für eben halt Schiffe, die die Möglichkeit haben, auf Flüssigerdgas zu fahren oder eben halt vollelektrisch, was vielleicht ein Teil der Zukunft sein kann. Ich glaube, der Mix aus verschiedenen Antriebsformen in dem Bereich ist die Lösung. Da wird es, glaube ich, keine eine Lösung geben, sondern viele verschiedene. Wenn wir uns zum Beispiel die Infrastruktur in Südamerika anschauen, Richtung Antarktis, da ist die Versorgung mit Flüssigerdgas schon unmöglich, weil es einfach die Infrastruktur noch nicht gibt. Das muss aufgebaut werden. Da weiß ich, dass einige Anbieter sehr stark involviert sind, ein Terminal aufzubauen. Aber im Moment gibt es das nicht und damit kannst du eben halt mit der Antriebsform da unten nicht viel machen. Und da musst du eben halt wieder auf Marine-Dieselöl umsteigen, was trotz allem immer noch eine Möglichkeit ist. Und dann haben wir eben innerhalb des Schiffs selbst die Möglichkeit, dass in den Kaminen, in den Schornsteinen sogenannte Scrubber eingebaut sind, die eben das Kohlendioxid rausfiltern, die die Partikel rausfiltern, sodass im Grunde alles, was rauskommt aus dem Schornstein, so wenig wie möglich Emissionen hinterlässt. Und ja, das sind so einige der Möglichkeiten, die es da im Moment gibt. Das wäre tatsächlich so ein bisschen auch das Thema gewesen oder die nächste Frage, die ich dir gestellt hätte, eben welche Technologien und Innovationen dort auch eben eingesetzt werden mittlerweile, um diesen ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Und eine Sache, die mir einfällt, ist zum Beispiel dieses Repositionierungs, nennt man es, Strahlruder, wie nennt man das? Also es gibt ja die, oh Gott, auf Englisch heißen die Thruster, ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen. Ja. Ich glaube, das sind Strahlruder, ja. Genau. Mit denen die die Position halten. Genau, um eben dort weniger CO2, also weniger Marinegasöl zu verbrauchen, beispielsweise. Mir fällt ein, dass man eben dadurch natürlich auch den Anker nicht mehr werfen muss und den Meeresboden gegebenenfalls damit kaputt macht. Ich denke an eine Konzeption, in dem man mit Wärmerückgewinnung arbeitet und somit Bänke außen, im Außendeckbereich, ja, beheizt werden. Denn sowas fällt mir zum Beispiel ein. Was fällt dir ein? Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz tolles Beispiel. Das hat mich damals sehr, sehr fasziniert auf Le Commodore Chocot. Die Sitzbänke draußen, die waren tatsächlich so heiß, also dass das Wasser, was da durchfließt, so warm war, dass man es da gar nicht lange drauf ausgehalten hat. Nein, nein. Ich zumindest nicht. Ich auch nicht. Aber das gibt es ja auch auf der World Explorer zum Beispiel. Genau, der World Voyager. Genau, die haben eben halt vorne auf dem Deck diese beheizten Sitzbänke, was extrem angenehm ist. Man sitzt dann eben halt auch ein bisschen geschützt, also man ist dann windgeschützt. Also wirklich, wirklich schön, um länger mal draußen zu sein und einfach die Landschaft auf sich wirken zu lassen. Das sind schöne Geschichten. Technologisch gibt es dann auch ganz andere Möglichkeiten, zum Beispiel einfach auch die Geräuschkulisse der Propeller, dass an den Propellern gearbeitet wird, dass der Winkel der Propellerblätter verändert wird, marginal, damit eben der Geräuschpegel des Propellers unter Wasser geringer wird und damit eben halt ein geringerer Einfluss auf die Marine-Tierwelt stattfindet. Und da sind ganz viele kleine Rädchen, an denen gestellt wird, die alle gemeinsam zu verkaufen, ist unglaublich schwierig. Und man kommt da auch sehr, sehr schnell in eine Kommunikation, die ganz schnell nach einer Form von Greenwashing aussieht. Und da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Absolut. Aber mir fallen zum Beispiel auch ein, das sind ja jetzt auch so die nächsten Steps, die ersten E-Zodiacs, also die Schlauchboote, die einfach rein durch Batterie betrieben werden bei einigen Rädereien. Dann gibt es da schon teilweise nicht die komplette Flotte, aber so die ersten in den Tests. Ja, das haben wir schon vor ein paar Jahren gesehen. Das hat bei Gläut zum Beispiel runtergefahren, das sind die Antarktis und batteriebetriebene Zodiacs rausgenommen hat. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das haben wir uns vor zwei Jahren mal angeschaut. Und das ist eine Technologie, da bin ich unfassbar interessiert. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf, wenn das kommt. Weil allein diese Vorstellung, wenn man in diesem, in einem elektrischen Zodiac sitzt, der Motor macht fast keine Geräusche. Man hat im Grunde nur den Propellerlärm, sage ich mal, also die Geräuschkulisse vom Propeller im Wasser und das Wasser, das Zodiac durch das Wasser gleiten. Also die Reingeräusche, Fortbewegungsgeräusche des Bootes auf dem Wasser. Was das für ein zusätzlicher Eindruck ist in dieser unfassbaren Kulisse der Polarregion. Wo man ja auch hat, also wenn wir zwischen den Eisschollen mit dem Zodiac eigentlich so ein bisschen gleiten und der Motor gerade nicht so laut ist, dann merkt man ja diese Stille, wenn das Zodiac ausgestellt wird, weil man irgendwo verweilt und hat Walbeobachtungen beispielsweise. Und das ist komplett lautlos. Ich wollte gerade sagen, also gerade wenn man mit einer Tierbeobachtung unterwegs ist, sei es Wale oder auch Eisbären oder Robben, wenn die plötzlich nicht von dem Motorenlärm verschreckt werden und man es hinbekommt, dass die Gäste ruhig sind und tatsächlich einfach nur genießen, schauen, fotografieren, dann hat man plötzlich ein ganz, ganz anderes erlebt. Man nimmt die Natur komplett anders wahr und ich wage auch zu behaupten, wenn du den Geräuschpegel an Bord gesenkt bekommst, dann wird die gesamte Stimmung gesetzt. Dann werden die Leute plötzlich sehr viel ruhiger und plötzlich kommt dieser gesamte Einfluss ganz, ganz anders. Das ist so ein bisschen, wenn das Schiff ins Meereis fährt zum allerersten Mal und an Bord diese Stimmung so runtersackt und plötzlich merkst du, die Leute kommen an, die verstehen plötzlich, sie sind ganz woanders. Und das ist so dieser Effekt von dem elektrischen Zodiac. So stelle ich mir das vor. Ja, absolut, bin ich bei dir. Also würdest du tatsächlich auch sagen, dass sich das Konzept von nachhaltigen Reisen in der Expeditionskreuzfahrtbranche tatsächlich in den letzten Jahren auch schon extrem weiterentwickelt und verändert hat, oder? Absolut und das muss es auch. Wir haben einfach eine Verantwortung, bewegen uns in Regionen, die zu den am stärksten betroffenen Regionen der Welt im Bereich Klimawandel gehören. Und da ist es einfach unsere verdammte Pflicht, wenn wir da einfach ein Geschäftsmodell haben, uns auch dafür einzusetzen und zu schauen, wie können wir das so nachhaltig wie möglich gestalten, dass wir eben diese Region auch in 20, 30, 40, 50 Jahren noch anfahren können. Absolut und das ist tatsächlich auch die nächste Geschichte oder die nächste Frage tatsächlich. Welche Herausforderungen oder auch welche Bedenken sind denn beim Betrieb von nachhaltigen Expeditionsschiffen zu berücksichtigen, wenn wir jetzt gerade insbesondere in diesen empfindlichen Ökosystemen wie der Arktis und Antarktis unterwegs sind? Naja, also jede neue Technologie bringt natürlich auch ihre eigenen Risiken und gerade wenn wir Lithium-Batterien uns anschauen, wir wissen immer noch nicht, wie lang tatsächlich Lithium-Batterien in diesen Temperaturen arbeiten. Das ist eines der großen Mankos mit den Zodiacs in der Antarktis zum Beispiel, dass wir eben tatsächlich auch noch keine wirklichen Referenzwerte haben. Wie lang brauchen die, um geladen zu werden und so weiter? Und wenn du eben halt tatsächlich den Boden des Zodiacs plötzlich als Batterie hast, dann hast du auch eine ganz andere Verantwortung, wenn du das Zodiac irgendwo aufsetzt zum Beispiel, wenn du plötzlich auf einen Stein triffst oder so. Das kann plötzlich einen ganz anderen Einfluss haben als einfach nur ein Zodiac, das auf Grund aufgelaufen ist, sage ich mal. Also das haben wir schon häufiger, das passiert immer mal wieder, aber wenn du dann plötzlich einen Riss in der Batteriewand hast, das ist schon ein ganz anderer Eingriff in die Natur. Also das hat dann schon einen anderen Nachklang. Absolut, sicherlich Punkte, die man da eben auch bedenken muss oder auch bedenken sollte. Und wie du schon gesagt hast, Zodiac, so ein bisschen auf die Eisscholle aufgesetzt, ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Das kann ja immer mal passieren. Ja, absolut, das haben wir häufiger. Ja, genau. Und wenn du jetzt über die Tierwelt einfach mal nachdenkst, das ist ja auch etwas, wir sprechen immer von Mitgliedern der AECO oder JATO, also je nachdem, ob es in die Arktis oder Antarktis geht, die Gäste werden an Bord gebrieft. Aber wie kann man denn weiterhin sicherstellen, dass man eben auch die Tierwelt weiter schützt, respektiert und dass die Aktivitäten sich auch nicht weiter auf die Regionen auswirken? Also mittlerweile gibt es eben ja auch Anbieter, die mit dem U-Boot durch die Gegend fitzen wollen. Und ist das so sinnvoll? Oder kann man da vielleicht auch ein bisschen Rücksicht drauf nehmen und sagen, muss ich wirklich mit dem U-Boot, abgesehen davon, dass ich vielleicht gar nicht viel sehe, wenn ich da drin sitze, muss ich mit dem U-Boot unter Wasser die Welt noch erkunden oder reicht vielleicht auch das Zodiac beispielsweise? Das ist natürlich eine Geschichte, dass sich die verschiedenen Redereien hier wahnsinnig versuchen zu übertrumpfen mit neuen Technologien, sei es Hubschrauber, sei es U-Boot, sei es Stand-Up-Puddle-Booting oder weiß der Kuckuck was. Da kommen bestimmt noch mehr Geschichten. Und ich warte nur darauf, wir hatten eine Anfrage für ein Event vor zwei Jahren mitten in Covid, ob wir nicht einen aufblasbaren Tennis-Code in die Antarktis ziehen wollen, um da ein Tennis-Event zu starten. Da haben wir immer drüber gesprochen, ja. Das haben wir abgelehnt, weil es halt einfach so ein großer Einfluss ist und du eben halt nicht weißt, wie sich das auswirkt, was passiert, wenn die Kammern dieses aufblasbaren Tennis-Code so plötzlich kollabieren. Da gibt es so viele Faktoren, die einfach da reingespielt haben und gesagt haben, nee, das machen wir nicht. Und da spielen die Industrieorganisationen im Moment eine entscheidende Rolle und in der Antarktis noch viel mehr die Antarktiskonferenz. Antarktiskonferenz, also die Konferenz aller Antarktis-Vertragspartner-Staaten, die eben dann ein Mitspracherecht haben, die legen da eben halt schon ein sehr großes Auge drauf. Und jetzt im letzten Jahr in Helsinki, in diesem Jahr, gab es eine sehr, sehr intensive Diskussion über U-Booteinsatz in der Antarktis und Helikoptereinsatz. Und da wird schon geschaut, was für einen Einfluss haben diese Technologien auf die Region. Welchen Mehrwert bringen die und welchen Einfluss haben die? Und wenn man das eben tatsächlich mit wissenschaftlichen Programmen verknüpfen kann, dann hat das eher eine Chance zu überleben. Also wenn wir eben tatsächlich, sage ich mal, bei U-Booten einen Marinebiologen an Bord haben, der dann tatsächlich auch analysieren kann und schauen kann und Daten sammeln kann, dann ist das ein Mehrwert, der die Aktivität realistischer werden lässt. Wenn wir an Bord des Hubschraubers mit einer Kamera die Gletscher, zum Beispiel den Gletscherrückgang einer antarktischen Halbinsel dokumentieren und da mit wissenschaftlichen Instituten zusammenarbeiten, dann macht das auch mehr Sinn. Alles in allem ist da ein sehr großer Augenmerk drauf auf diesen neuen Aktivitäten. und die Vertragsstaaten sind da nicht so positiv wie die Industrie. Und da muss man eben tatsächlich schauen, a, wie sich die Industrie da positioniert und wie sie mit den Vertragsstaaten ins Gespräch kommt und b, auch wie die Touristen, wie die Gäste das annehmen und wie die Gäste das eben halt auch nach außen vertreten. Wenn das eine reine Bucketlist-Geschichte wird, dass ich irgendwas von meiner Wunschliste streichen kann, dann wird das langfristig nicht überleben. Das wird keine Chance haben, da sich groß weiterzuentwickeln. Absolut, absolut. Ich gebe als nächstes Beispiel nochmal die neuen Richtlinien, die eben geplant sind und kommen für Svalbard, Ostgrönland, über die wir auch schon oft gesprochen haben, wo eben dann auch gar nicht seitens der Reedereien, sondern eben in Norwegen durch den Süsselmann und eben für Spitzberg durch den Süsselmann etc. neue Richtlinien eben gegeben werden, was mehr Abstand heißt und mehr Vogelschutzgebiete. Das ist eben der zweite Punkt, oder? Wo wir automatisch auch ein bisschen die Regulierung drin haben, die ich persönlich sehr bedenkehle. Absolut, absolut. Also da gibt es eine große Entwicklung zu mehr Regulierung. Das kann man gut finden, das muss man nicht gut finden. Da gibt es auch verschiedene Trends in verschiedenen Regionen der Arktis zum Beispiel. In Spitzbergen haben wir eben tatsächlich die Entwicklung, dass der Süsselmann tatsächlich sehr intensiv auch kontrolliert. Das heißt, die sind jetzt in der Saison auch unterwegs und die gehen an Bord, die kontrollieren, dass diese Regularien, die die aufgesetzt haben, auch eingehalten werden. Da kommt in den nächsten Jahren noch viel mehr und darauf haben die jetzt zum Beispiel dieses Jahr schon aufgebaut, kommen dann an Bord und sagen, ihr wisst schon, dass nächstes Jahr die Distanz für Eisbären so und so viel Meter ist. Wie sieht das bei euch aktuell aus? Wie geht ihr an so eine Eisbärenbeobachtung ran? Und dann geht es tatsächlich um Szenarien. Dann wird da tatsächlich durchgearbeitet und geschaut. Die bleiben dann eben halt auch mal für eine Operation an Bord und dann gucken die sich das mal an, wie das so ausgeführt wird. Und das ist dieses Jahr zumindest für uns auf unserer Seite bei Quark Expeditions sehr gut gelaufen. Im letzten Jahr ist das nicht so gut gelaufen bei anderen Firmen. Also ich erinnere mich da, dass da viele Schusswaffen konfisziert wurden und eingeschmolzen wurden, weil die einfach nicht hundertprozentig genau nach dem Prozedere des Süsselmann importiert wurden. Und all diese Kleinigkeiten, die sind ein großer Baustein, die Industrie nachhaltiger zu machen und eben tatsächlich das große Ganze zu schützen. Das macht das Leben der Reedereien nicht einfacher, das sage ich dir ganz ehrlich. Also das ist im Tagesgeschäft für die Planung schon ein großer Faktor. Wenn wir jetzt sehen, dass Grönland plötzlich, die Saison hat schon gestartet und die kommen jetzt plötzlich mit einer neuen Regulierung und verbieten im Grunde Eisbären zu beobachten in grönländischen Gewässern, in Nordostgrönland, du musst im Grunde dann umkehren, dann hat das einen immensen Einfluss auf das Produkt Nordostgrönland. Und da muss man halt schon schauen, wie reagiert man darauf, wie positioniert sich auch die Industrie, um da das Gespräch mit den lokalen Behörden zu suchen. Also da sind eine ganze Menge Einflussfaktoren, die da auf die Entwicklung der Industrie einwirken, absolut. Also das ist das eine natürlich, dass wir zum einen diese Regularien haben, dass die Reedereien, auch das Thema das erste in der Antarktis, eben sich mit dem Antarktis-Vertrag und den Vertragsstaaten auseinandersetzen. Unabhängig davon, wenn die Gäste an Bord sind, und ich finde, das ist eben auch ein unfassbar wichtiger Impact, den wir hier haben. Wie tragen denn die nachhaltigen Expeditionskreuzfahrten dazu bei, das Bewusstsein auch der Reisenden für Umwelt- und Naturschutzthemen zu schärfen, zu aktivieren teilweise auch und sie so ein bisschen aktiver in den Schutz und auch den Erhalt vielleicht dieser besuchten Regionen einzubinden. Ich finde, darüber sollten wir auch nochmal sprechen. Absolut. Und da gibt es ja auch Programme und Bemühungen schon seit Jahren. Also so lange wie ich in die Arktis reise, gibt es die sogenannte Beach Cleanup, wo wir dann eben tatsächlich uns einen Strand aussuchen und dann, wer möchte, sich involvieren kann in Aufsammeln von Überresten, die damit nicht hingehören, wie Plastik, hauptsächlich Plastikmüll. Und das Ganze wird dann an Bord geholt, an Bord wird es analysiert und wird geschaut, was für unterschiedliche Produkte sind das, kann man das zurückverfolgen, wo kommt das her. Das Alfred-Wegner-Institut und die Birgit Lutz sind da zum Beispiel ganz, ganz groß dabei. Die haben ein gemeinsames Projekt in Spitzbergen, um diesen Müll zu tracken und zu gucken, woher kommt der ganze Kram eigentlich, der hier angespült wird. Weil in Spitzbergen gibt es ja gar nicht so viele Menschen, die da Müll produzieren könnten. Und das hat sich inzwischen ausgebreitet auf verschiedene Regionen. Wir machen das zum Beispiel auch in Grönland mit den lokalen Gemeinden in Ostgrönland und in Nordwestgrönland. Wir machen das mit Gemeinden in der kanadischen Arktis. Und man kann das inzwischen auch an einigen Bereichen in der Antarktis anfangen. Das ist nicht so umfangreich wie in der Arktis, weil der südliche Ozean, der antarktische Ozean, ja immer noch ganz gut als Barriere funktioniert. Aber wir sehen, wie brüchig der wird. Und dass wir eben schon durchaus auch erste Anzeichen haben, dass da Dreck und Müll angespült wird, der da eben gar nicht hingehört. Nehmen wir ein anderes Beispiel für die Antarktis. Und ich glaube, das ist ein tolles Beispiel. Happy Whale zum Beispiel. Absolut, ja. Das ist eines meiner Lieblingsprojekte. Ich weiß. Jeder fotografiert gerne einen flugenden Buckelwald zum Beispiel. Und jeder versucht eben genau diese Schwanzflosse zu bekommen, weil es eben dieses ikonische Bild ist, was man gerne haben möchte. Und dieses Bild ist Gold wert für Wissenschaftler. Und weil die eben halt nicht die finanziellen Mittel haben, um die ganze Antarktis-Saison da unten zu verbringen und Buckelwale zu fotografieren, gibt es eben tatsächlich ein Projekt, das von Ted Cheeseman initiiert wurde. Das heißt Happy Whale, happywhale.com. Und das ist eine Datenbank, wo man ein Foto hochladen kann, eben halt von seiner Buckelwalfluge oder von einer Finne, von einem Minkywal, Zwergwal oder von einem Orca. Und die Software dahinter, die versucht zu identifizieren, ob das Tier, ob dieses individuelle Tier, das Individuum schon in der Datenbank ist oder ob es ein neues Tier ist. Und wenn es schon in der Datenbank ist, dann wird das abgeglichen und dann bekommt man im Grunde eine E-Mail, die dir zeigt, wo dieses Tier seit der Aufzeichnung in der Datenbank überall gesichtet wurde. Und damit kann man eben eine Migrationsroute nachverfolgen. Und das ist schon bemerkenswert. Genau, danach auch. Ich habe gerade diese Woche wieder zwei E-Mails bekommen. Es ist toll, einfach auch zu sehen, wie weit die im Prinzip auch wandern. Und tatsächlich bis fast hoch zum Äquator, um dann wieder umzudrehen und wieder Richtung Antarktis nachher im Winter zu schwimmen. Das ist großartig, das nachzuvollziehen. Das ist so ein Beispiel. Dann fällt mir aber natürlich auch ein, dass ihr, egal ob Antarktis oder Arktis, ihr sprecht über das Eis, ihr sprecht über das Klima, ihr sprecht über die Veränderung der Gletscher, bedingt durch den Klimawandel. Das Vortragsprogramm, na klar, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also für mich als Expeditionsguide war das halt immer so der Kern meiner Tätigkeit, tatsächlich gute Vorträge vorzubereiten und damit nicht nur zu begeistern, sondern eben tatsächlich auch auf eine spielerische und unterhaltsame Art und Weise Leute für ein Thema zu begeistern, was eben A, sehr komplex und B, nicht unbedingt so populär ist. Aber gerade in den Regionen, in denen wir unterwegs sind, können wir eben halt die Beispiele dafür sehr, sehr gut sehen. Und wenn man dann tatsächlich einen Meereistag hat, in der Arktis und man sucht nach Eisbären, das ist eine Suche, das dauert halt tatsächlich eine Weile, dann kann man die Zeit eben ganz hervorragend nutzen und einfach mal über das Meereis sprechen, wenn man gerade durchfährt. Also ich glaube, es gibt nichts Besseres als diesen, wenn man sieht, dieser Penny-Drop-Moment, wenn Menschen plötzlich Aha sagen, wenn du an der Reling stehst und du kannst denen erklären, warum das Eis plötzlich gelb oder grün wird und dann sagst, Aha, das macht ja auch Sinn. Also das sind einfach so diese tollen Momente. Da geht mir eben das Herz auf. Das ist der Grund, weshalb ich da bin und da arbeite. Und dann kommen sie in der Regel auch als Botschafter wieder und jeder fängt für sich in seinem Tempo oder in seiner Art und Weise an, vielleicht doch ein bisschen was umzudenken. Der eine fängt an, Müll zu trennen, weil er es vorher vielleicht noch nicht gemacht hat. Der Nächste greift vielleicht jetzt eher dazu, dass er sagt, ich gehe die 500 Meter zum nächsten Einkaufsladen, vielleicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad, statt sonst mit dem Auto. So Kleinigkeiten. Verzichtet auf Plastik. Man kommt schon als Botschafter wieder von diesen Reisen. Und das ist genau das, was ihr ja auch als Impact praktisch mitgebt. Absolut. Das Bewusstsein der Gäste verändert sich. Und das ist halt das Entscheidende, dass du eben das Schiff in einem bewussteren Zustand verlässt, als du es betreten hast. Dass du dann tatsächlich denkst, meine Güte, das war tatsächlich ein Once-in-a-Lifetime-Experience. Und es gibt diesen Spruch von einem Indianer-Häuptling, der halt gesagt hat, wir beschützen besser das, was wir verstehen, das, was wir kennen. Und ich glaube, das ist eben halt tatsächlich dieser große Unterschied von der BBC-Dokumentation und die Region selbst hautnah erleben, mittendrin zu sein. Wenn ich halt selber mal Fuß aufs Meereis setze und ich plötzlich mitbekomme, wie unterschiedlich dick das Meereis sein kann, wenn ich plötzlich einen Eisbären auf dem Meereis sehe und dann durcheinander denke, meine Güte, gestern bin ich da total gedankenlos über das Meereis gelaufen und heute läuft ein Eisbär drauf rum. Diese Momente, das ist das, was drin bleibt. Das sind diese Erinnerungen, die Menschen einfach tatsächlich verändern. Und das hat einen anderen Stellenwert, als wenn ich das in der Dokumentation sehe und von David Attenborough erzählt bekomme, auch wenn ich seine Stimme liebe. und die Dokumentationen liebe, dass die Bilder, die die da einfangen, wenn man mit solchen Erwartungen an Bord kommt, dann wird man mit Sicherheit enttäuscht. Also das muss man auch von vornherein sagen. Was die Dokumentationsteams da leisten, ist eine ganz andere Baustelle. Aber dieses hautnah erleben, dieses tatsächlich begreifen, als diese physische Form von ich kann Gletschereis anfassen, ich sehe die Blasen da drin, ich verstehe das Konzept, wie Schnee komprimiert wird, wie atmosphärische Gase im Schnee, im Eis eingebunden werden und wie sich das alles entwickelt. Das sind so diese Momente, die einfach diese Reise ausmachen. Absolut. Bin ich bei dir. Gibt es denn Zertifizierung oder ökologische Standards, die eben nachhaltige Expeditionsschiffe erfüllen müssen, um auch als solche anerkannt zu werden? Es gibt Regulierungen, die erfüllt werden müssen. Also wenn ich zum Beispiel an Norwegen denke, die bestimmte Antriebsformen in ihren Küstengewässern verbannen. Es gibt auch Zertifizierungen für Sustainability zum Beispiel. Das wird häufig von den Klassifizierungsgesellschaften gemacht. Also die, die die Schiffe klassifizieren und prüfen, ob die den Maritimen Standards zum Beispiel gerecht werden und welche Polarklasse, Eisklasse das Schiff hat, wie die Antriebsformen klassifiziert wird und so weiter. Und die klassifizieren eben halt auch die Nachhaltigkeit von Schiffen. Aber noch ein Bio-Stempel, sage ich jetzt mal. Es gibt noch keinen Bio-Stempel und die verschiedenen Klassifizierungsbüros, die haben auch unterschiedliche Labels und die nennen das unterschiedlich, die gucken auf unterschiedliche Dinge. Das muss ich noch vereinheitlichen. Aber das ist tatsächlich ein Anfang. Was es auch gibt, ist dieses United Nations Sustainability Development Goals, die ein großer Leitfaden in der Industrie sind. Da gibt es eine ganze Menge Firmen, die sich tatsächlich auf die Fahne geschrieben haben, die sind so gut wie möglich zu verfolgen und zu erfüllen. Aber da gibt es keine klassische Zertifizierung für. Wenn es keine klassische Zertifizierung gibt, wie kann ich denn als Reisender sicherstellen, dass ich eine nachhaltige oder umweltbewusste Expeditionsreise buche, also außerhalb als Expedition anrufen? Und wir erzählen Ihnen das, aber worauf sollte man so bei der Auswahl eines Anbieters achten? Ist das mal so? Jede Rederei hat auf der Webseite irgendwo ein Sustainability Report, sollte sie zumindest haben. Die Großen, die tatsächlich eine Menge da investieren, die haben da so, wenn ich an Hoodiegruten denke, wenn ich da an Ponon denke, wenn ich an Quark denke, Aurora Expeditions, die haben alle ein Sustainability Report irgendwo auf der Webseite, wo ganz klar dargelegt wird, was die Redereien unternehmen, um die Nachhaltigkeit der Reise zu gewährleisten und eben tatsächlich auch den ökologischen Fingerabdruck so gering wie möglich zu halten. Darüber hinaus finde ich einfach tatsächlich, die persönliche Beratung ist ein wichtiger Punkt, weil es häufig schwierig ist, sich durch diesen Dschungel selbst zu navigieren und herauszukriegen, welche der Redereien macht denn da jetzt am meisten? Und das ist auch für mich als Mitglied der Branche unfassbar schwierig, da auf dem Laufenden zu bleiben, weil da eben halt auch viel eben nicht geteilt wird, dass da eben halt nicht untereinander in der Industrie gesprochen wird, weil das dann eben tatsächlich ein Marketing-Tool ist, das man eben auskosten möchte. Ja, wir bemühen uns immer auf dem Laufenden zu sein, war als Expedition. Aber letztendlich ist genau das, dass wir ja auch unsere Auswahl treffen. Also die Veranstalter-Kreuzfahrt-Rädereien, mit denen wir zusammenarbeiten, haben halt eben alle diesen Impact, dass sie sagen, wir sind natürlich Mitglied der AECO, also setzen uns für nachhaltige Expeditionsreisen in der Arktis ein. Wir sind Mitglied der JATO und achten auf umweltbewusstere Reisen in die Antarktis, verzichten auf Schweröl zum Beispiel. Das sind so Punkte und da sprechen wir dann gerne in Ruhe drüber, wenn Sie Fragen haben. Welche Rolle, würdest du denn sagen, spielt so ein bisschen die Zusammenarbeit zwischen den Reiseveranstaltern, den Regierungen, den Umweltschutzorganisationen, auch so ein bisschen bei der Förderung von nachhaltigen Reisen? Also hast du ein Beispiel, du hast vorhin gerade gesagt, die Antarktis-Vertragsstaaten sprechen mit den Reedereien, man spricht miteinander. Gibt es noch ein weiteres Beispiel? Ja klar, also die Zusammenarbeit ist ein ganz wichtiger Faktor in der gesamten Konstellation. Und wenn wir uns zum Beispiel jetzt in der Arktis anschauen, die grönerische Regierung, die ihm tatsächlich gerade neue Regulierungen veröffentlicht hat, da sind wir direkt mit den Gemeinden vor Ort im Gespräch und mit der Zentralregierung genug, um einfach zu schauen, was sind die Intentionen? Wo wollen die hin damit? Wo kommt das her? Und ja, was wollen die damit erreichen? Ähnliche Diskussionen gibt es mit den Communities in Kanada. Dass wir eben tatsächlich auch schauen, wo geht der Trend hin? Was wollen die erreichen? Wie wollen die sich schützen? Was können wir tun, um unseren Besuch so nachhaltig wie möglich zu gestalten? Und halt nicht einfach nur 100, 200 Leute ausspucken, einmal einen Tanz angucken und dann verschwinden alle wieder, sondern eben tatsächlich eine nachhaltige Kooperation zu haben. Ich erinnere mich, als wir voriges Jahr in Tassilak eingelaufen sind, Anfang Mai, da haben wir eben halt mit der Community vor Ort gesprochen, weil eben die Möglichkeiten des Eisbrechers so gut sind und die eben tatsächlich über einen Monat vor dem ersten Versorgungsschiff auflaufen können, dass wir eben tatsächlich Versorgungsgüter nach Tassilak bringen. Und das ist dieses Jahr dann erfolgt, dass Jaco eben tatsächlich aus Island Versorgungsgüter geladen hat und dann nach Tassilak gebracht hat. Das ist eben so eine Form von Zusammenarbeit, die eben dazu beiträgt, dass eben tatsächlich Community, Tourismus, was voneinander haben, dass da eine Nachhaltigkeit entsteht. Das Gleiche geht natürlich mit Umwelt- und Naturschutzverbänden, die dann durchaus auch Vertreter mit an Bord schicken und dann auch gerne Zeit bekommen in Form von Vorträgen, von Live-Sessions vor Ort, dass man eben Dinge durchspricht. Ich erinnere mich da zum Beispiel, Penguin Watch hat immer mal wieder John Hart on Bord von Quarkschiffen. Wir arbeiten sehr eng mit denen zusammen. Der dann eben tatsächlich noch mal deutlich anders über Pinguine sprechen kann, der jetzt auch auf der Snowhill-Reise dabei sein wird zum Beispiel. Das sind so Kleinigkeiten, die alles in allem eben dafür sorgen, dass die Nachhaltigkeit der gesamten Branche sich Stück für Stück verändert. Mich würde freuen, wenn das tatsächlich einen stärkeren Austausch unter den Firmen gibt, wenn halt nicht nur jede Firma ihren eigenen Stiefel fährt, wenn da AECO und IATO tatsächlich auch stärker involviert wären und dort eine federführende Rolle einnehmen würden, um das eben zu koordinieren, zu kommunizieren. Aber prinzipiell ist es schon mal besser als gar nichts. Absolut. Ich möchte noch zwei Beispiele, die mir so am Herzen liegen, die ich toll finde auch ergänzen. Das eine Beispiel ist das Alfred-Wegner-Institut, das eben die Möglichkeit hat, mit der Chaco, statt vielleicht nur einmal im Jahr auf der Polarstern zum Nordpol zu kommen und dort eben Eisdichten zu messen und mehr Eis zu untersuchen und eben auch auf dem Weg dorthin, haben sie jetzt mittlerweile viermal mindestens die Möglichkeit, dort mitzufahren und haben auf dem Deck 3, auf der Le Commando Chaco eigene Labore, die eben den wissenschaftlichen Instituten für Klimaforschung zum Beispiel auch zur Verfügung gestellt werden. Und ein zweiter Punkt, der mir auch einfällt, ist mit dem Deutschen Wetterdienst. Da habt ihr auf der Ultramarinen jetzt eine Aktion, richtig? Ja, also mit dem Deutschen Wetterdienst haben wir, danke an Stefan Graupner, eine Wetterstation installiert, die der Deutsche Wetterdienst bereitstellt und im Grunde sammeln wir eben halt Daten aktiv von der Region, in der wir unterwegs sind. Das hilft ihm tatsächlich in der Antarktis für ein genaueres Wettermodell, also eben tatsächlich zu modellieren, wie sich das Wetter aktiv verändert. Das ist schon ein extrem gutes Beispiel. Da schauen wir, dass wir eben halt über die Ultramarinen hinaus das vielleicht auch auf andere Schiffe, nicht nur unserer Flotte, sondern eben tatsächlich der IATO-Flotte, ausweiten können, weil das Gerät sehr, sehr klein, sehr handlich ist. Das nimmt keinen großen Platz weg. Das braucht keine extra Infrastruktur. Das ist self-sustainable, sage ich mal. Das funktioniert nur mit sich selbst und das Beispiel mit dem AVI zum Beispiel ist ein sehr, sehr wichtiges. Das ist nicht nur mit dem AVI, da sind ganz viele andere Institute. Die Uni in Marseille zum Beispiel ist da auch sehr, sehr aktiv involviert. Aber das AVI ist ganz wichtig, weil es eben tatsächlich federführend in der Arktis-Meereisforschung ist. Und du hast das Beispiel gebracht, einmal im Jahr mit der Polarstern in die Arktis zu fahren. Das gibt einen sehr intensiven Datensatz, aber das reicht eben nicht aus, um tatsächlich ein umfangreiches Modell zu erstellen. Und die Kooperation mit dem Alfred-Wegener-Institut und Tonant zum Beispiel, die umfasst eben tatsächlich, dass der Eisbrecher Daten sammelt. Die haben eben dann halt vorne am Bug ihr Messinstrument vom Alfred-Wegener-Institut, das die Meereisdicke misst, entlang des gesamten Weges, den die Charcot fährt im Meereis. Und das sind unglaublich wertvolle Daten, die so ein Forschungsschiff einfach gar nicht kriegen kann in diesem Zeitraum. Das ist eine zusätzliche Datensammlung, die eher ein Goldschatz ist. Und das ist schon absolut fantastisch. Du hast die Labore angesprochen. Da wird auch gerade diskutiert, dass auf anderen Schiffen nachzubauen quasi, also eben tatsächlich auch eigene Labore zu haben und die wissenschaftliche Aktivität innerhalb der gesamten Flotte der Industrie einfach hochzufahren. Das wird sich in den nächsten Jahren verstärken. Da bin ich fest von überzeugt, weil es ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Beitrag ist, dass wir eben tatsächlich die Möglichkeiten, die wir selber haben, eben so häufig in diesen entfernten Regionen zu sein, auch nutzen, um ihm tatsächlich da nicht nur die Gäste zu Botschaftern zu machen, sondern ihm tatsächlich Wissenschaftler eine Plattform bieten, um diese Besuche zu nutzen, um mehr Daten zu sammeln über die Region, über ihre Forschungsprojekte. Letzte Frage. Glaubst du, dass genau das, da muss man auch schon lachen, ja, glaubst du, dass genau das vielleicht auch der zukünftige Trend sein könnte, um eben diese Entwicklung im Bereich des nachhaltigen Reisens, gerade insbesondere auf den Expeditionsschiffen, einfach noch weiter auszubauen, also die Zusammenarbeit zwischen Forschung und Reisen für Gäste, also Tourismus? Ja, also das sehen wir schon. Da kommen sehr häufig Fragen von Gästen, die halt auch nicht nur in diese Citizen Science, sondern tatsächlich in akademische Forschungsprojekte gerne involviert wollen würden oder eben halt auch mehr darüber lernen wollen würden, wie zum Beispiel ein Eiskern aus einer Eisscholle gebohrt wird und was man darin sehen kann, wie aus der Tiefsee, aus vier Kilometern Tiefe Plankton gefischt wird und was uns das sagen kann, was das gesamte Leben in der Wassersäule uns sagen kann. Das spielt eine extrem wichtige Rolle und das wird sich in den nächsten Jahren intensivieren. Ich glaube auch, dass sich der Trend zu Neubauten, zu neuen Schiffen fortsetzen wird. Also wir werden sehen, dass die ganze alte Flotte, die im Grunde die Expeditionsindustrie, ich sage mal, gestartet hat, die wird mehr und mehr ausgeschifft und wir werden neue Schiffe sehen, die in Dienst gestellt werden. Ob das jetzt größere Schiffe sein müssen, das lasse ich jetzt mal dahingestellt sein. Da haben, ich glaube, Guides und Executives auch komplett unterschiedliche Vorstellungen. Aber ich glaube, dass der wesentliche Faktor sein wird, wie können wir den Gästen über die eigentliche Reise einen Mehrwert anbieten. Diese Frage zu beantworten, da beschäftigen die Firmen in der Industrie die wichtige Leute mit sehr viel Geld, um da tatsächlich die Lösung für zu finden. Das wird ein wichtiger Faktor sein, absolut. Also ich glaube, die wissenschaftliche Komponente, die wird sehr viel stärker werden. Darüber hinaus muss man einfach auch schauen, in der Arktis, die Zusammenarbeit mit den Gemeinden. Wir haben zum Beispiel bei Quark dieses Thunder to Table, wo wir eben tatsächlich mit lokalen Köchen arbeiten, die eben halt schauen, wie traditionelle Gerichte publik gemacht werden können. Was manchmal zum Naserrümpfen führt bei Leuten, die eben halt nicht so offen sind. Aber die Gäste, die mit uns dort hinreisen, da denken wir schon eher, dass das eine offene Zielgruppe ist. Und ich glaube, diese Zusammenarbeit auf lokaler Ebene, die Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern, die Nutzung von neuen Technologien für die Schaffung von wissenschaftlichem Mehrwert, all das wird ein wichtiger Entwicklungstrend sein, um die Reisen in die Polarregionen nicht nur nachhaltig zu machen, sondern auch tatsächlich nach wie vor eine Begründung für zu finden, sage ich mal. Also eine Unterstreichung, warum diese Reisen so wichtig sind. Ein perfektes Schlusswort, dem ist nichts hinzuzufügen, lieber Henry. Vielen Dank für deine Zeit, für deine wirklich immer wieder so spannenden Erläuterungen. Und da kann man stundenlang zuhören. Und ich bin mir sicher, wir beide hätten jetzt auch noch zwei Stunden länger darüber reden können. Vielleicht sollten wir doch mal eine Folge darüber machen. Ich danke dir, ich danke Ihnen, liebe Hörer, und hoffe, Ihnen hat die Folge genauso viel Spaß gemacht wie mir. Machen Sie es gut, bis dann. Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis zum nächsten Mal.